Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um das Spielzeug Pfeife des hilfreichen Noopsi. Beziehungsweise wie ihr sehen könnt, ist es zurzeit noch kein Spielzeug, denn es wird erst mit dem Hero E. Legion in eines umgewandelt. Aber wie kriegen wir überhaupt diesen Gegenstand? Dazu begeben wir uns zuerst einmal ins Gebiet Tal der ewigen Blüten bei etwa 30,91. Denn dort auf einer Anhöhe steht ein seltener Gegner namens Major Offentance, welcher diesen Gegenstand zu etwa 90% droppen lässt. Zudem hat dieser Gegner einen Respawn von etwa einer Stunde, also immer ein wenig vorbeischauen, da kann man sicher diesen Mal antreffen. Genug von der Erklärung, da gehen wir gleich in den Kampf hinein und am Schluss zeige ich noch den Effekt dieses Spielzeuges dann. So, das geht ja eigentlich recht schnell, wenn man Level 100 ist. Wenn man jetzt noch nicht Level 100 ist, sollte man ein wenig aufpassen auf die Attacken. Aber nun setzen wir den Gegenstand ein und dann sehen wir, wir rufen so ein, ja, den Noopsi, also eben diesen hilfreichen Noopsi. Da können wir diesen ansprechen. Dann können wir hier, sucht Futter für mich. Und der Effekt bedeutet eigentlich, dass man jetzt hier zwei Stunden lang sozusagen einen Buff hat. Und wenn man jetzt innerhalb von diesen zwei Stunden 50 Gegner besiegt, dann kommt dieser Noopsi noch einmal und gibt uns einen Beutel mit ein paar Rohstoffen. Also irgendwie halt einfach dieses Pandaria. Da kann Erz drin sein, irgendwie Essen drin sein, alles möglich halt vom Pandaria. Aber wie ihr sehen, hat dieser Gegenstand eben zwei Stunden Abklingzeit. Also eben genau so lange, wie dieser Buff hier hält. Der negative Punkt, wenn man jetzt innerhalb von diesen zwei Stunden halt, oder besser gesagt, bevor man diese 50 tötet, stirbt, bricht dieser Effekt dann ab. Also kann man halt nicht mehr diesen Beutel bekommen. Also das war's eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegenstand ebenfalls bekommen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spass. Bis bald! Kronische Musik Untertitelung des ZDF, 2020